Ja, erstmal hallo zu unserem modernen Co-Block. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema und zwar um Strom. Sie haben ja mitbekommen, wie wir unsere Anlage in den letzten zwei Wochen hier am Bauen waren. Jetzt ist die Firma Elektroessel hier und baut gerade unsere Verteilung auf. Ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, unsere Pumpen, das ist alles redundant. Also wir haben zwei Pumpen, wenn die eine Pumpe ausfällt, dann wird automatisch eine andere Pumpe eingeschaltet. Die wird gleichzeitig ausgeschaltet, dass also die eine Pumpe stromlos ist. Gleichzeitig, wenn beide Pumpen aus sind, wird automatisch UV-Lampe, wird die Heizung ausgeschaltet, alles aus Sicherheitsgründen. Das muss Sie für zu Hause eigentlich nicht interessieren. Wenn Sie zwei Pumpen haben und die zwei Pumpen in verschiedenen Steckdosen haben, nicht auf einer Steckdose und die Steckdosen unterschiedlich abgesichert sind, dann sollte das ausreichen. Aber genau zum Thema Absicherung möchte ich mal ein paar Worte verlieren, weil die Absicherung hilft nicht nur Ihnen, sie schützt Sie auch, sie schützt Ihre Koi, dass im Notfall auch noch irgendwie Sauerstoff ins Wasser kommt. Da gibt es ein paar einfache Tricks. Zum einen, es gibt hier die normalen Automaten, die kennt ja jeder. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Leitungsschutz. Das heißt, wenn die Pumpe, wenn da irgendein Kurzschluss oder sonst was drin ist, dann zieht die sehr viel mehr Strom und das bedeutet, dass die Leitung überhitzen könnte und dann könnte es im Haus zum Brand kommen. Das passiert natürlich im Garten nicht. Aber das sind die normalen Automaten, die man kennt, die auf eine gewisse Amperezahl absichern. Dann hat man die FI, den FI-Schutz. Das ist ein Fehlerstromschutzschalter. Das heißt, wenn vom Verbraucher ein Strom oder ein Teilstrom in die Umgebung fließt und der Teilstrom den eingestellten oder den vorgegebenen Wert übersteigt, dann schaltet die Anlage ab. Und das ist jetzt für Sie wichtiger. Sie sollten schauen, vor allem auch in Innenanlagen. Da wird es gerne vergessen. Und im Garten, überall da, wo Wasser im Spiel ist. Das ist bei Ihnen auch zu Hause im Bad. Da sind die eigentlich zwingend vorgeschrieben. Denn wäre jetzt zum Beispiel eine Pumpe, würde die im Wasser liegen, sie hätte einen Schaden, es würde einen Teilstrom ins Wasser gehen. Das heißt, auch das Wasser steht dann unter Spannung. Da die meisten Teiche entweder mit Folie oder PE ausgegleitet sind oder GFK, würde das erstmal keinen großen Schaden oder auch keine Auslösung von einem normalen Automat verursachen. In dem Moment, wo Sie allerdings ins Wasser fassen, würden Sie die Brücke zwischen dem Wasser und der Umgebung der Erde herstellen. Und das könnte für Sie fatale Folgen haben, das könnte auch für Ihre Keu fatale Folgen haben. Drum denken Sie immer dran, machen Sie einen FI-Schutzschalter. So, und jetzt gibt es eine Kombination aus beidem. Das sind die sogenannten FI-LS-Schalter. FI-LS heißt, das ist eine Kombination aus FI-Schutzschalter und aus diesem Leitungsschutz, aus einem normalen Sicherungsautomaten. Lassen Sie mal ganz kurz gucken. Ja, das ist also eine Kombination aus dem FI-Schutzschalter und aus dem normalen Automaten. Das hat den Vorteil. Wenn Sie sich jetzt überlegen, Ihre Anlage, Ihre Gesamtanlage wäre jetzt über einen FI-Schutzschalter abgesichert. Wenn Sie jetzt zwei Pumpen, drei UV-Lampen, eine Belüfterpumpel oder zwei Belüfterpumpen hätten und der eine FI-Schutzschalter würde auslösen, dann wäre Ihre gesamte Anlage platt. Also dann würde keine Pumpe mehr laufen und dann würde auch keine UV-Lampe und keine Luftpumpe. Also Ihre Fische hätten im Notfall nichts mehr. Im Sommer ist das vielleicht noch weniger dramatisch, aber im Winter, wenn der Teich abgedeckt ist, könnte das tatsächlich zu größeren Problemen führen, insbesondere zu Sauerstoffmangel. So, der FI-LS hat den Vorteil, wenn Sie den jetzt auf eine Pumpe setzen und die Pumpe hat einen Schaden, dann löst nur dieser eine Automat aus und alles andere läuft weiter. Zudem würde ich Ihnen empfehlen, bitten Sie Ihren Elektriker, Ihre verschiedenen Pumpen, wenn Sie jetzt beispielsweise zwei Pumpen und eine Luftpumpe haben, bitten Sie den Elektriker, diese drei Aggregate auf verschiedene Phasen zu legen. Bei Ihnen im Haus kommen drei Phasen L1, L2, L3 an. So, häufig ist es so, wenn es zum Schaden kommt, sind nicht alle drei Phasen betroffen, meistens ist nur eine Phase betroffen. Das heißt, die zwei anderen Phasen führen noch Strom. Wenn also von extern, das kann eine Wühlmaus, das kann irgendwas sein, was so ein Kabel beschädigt, wenn es zu einer Beschädigung am Kabel kommt, fallen nicht unbedingt alle drei Phasen aus, sondern nur eine. Wenn Sie dann aber alle Ihre Aggregate auf einer Leitung liegen haben, auf einer Phase liegen haben, ist alles tot. Also verteilen Sie das und idealerweise machen Sie Ihre Pumpen mit diesen FI-LS-Schaltern. Dann haben Sie also auch hier unterteilt. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Von FI-Schutzschalter haben Sie einen Schutz für sich, auch wenn Sie vielleicht mal in den Teich reinspringen, was Sie übrigens nicht dürfen, wenn Pumpen im Wasser liegen. Das ist vom VDE her nicht erlaubt. Da müssten sämtliche Pumpen trocken aufgestellt sein. Da gibt es auch noch gewisse Vorschriften, wie weit Pumpenkammern vom eigentlichen Wasserbecken entfernt sein sollen. Aber machen Sie auf jeden Fall FI. Ich habe einen Fall mal in Holland gehabt, da hat einer keine FI-Absicherung im Keller gehabt und da war es tatsächlich so, eine Pumpe, die nass aufgestellt war, hatte einen Schaden am Kabel. Er ist abends heimgekommen, hat eine Handvoll Futter genommen, lang ins Becken, dann hat er nichts mehr gewusst. Er war ohnmächtig und als wir wieder zu sich gekommen sind, war bis auf ein Schiro Uzzuri, waren alle Fische tot und da ist genau das passiert, in dem Moment, wo er ins Wasser gefasst hat, hat er die Brücke geschlagen für den Strom zwischen Wasser und Erde. So, jetzt zeige ich Ihnen mal noch das andere Chaos, was die Jungs hier heute angerichtet haben. Das ist er. Er sagt, er hat nichts angerichtet. Sag das nochmal, dein Chef guckt das an. Nein, es sieht einfach jetzt momentan chaotisch aus. Er sagt Gott, es ist noch nicht fertig, das sehen wir selber. Nein, also morgen hoffen wir, morgenspens, übermorgen hoffen wir, dass die Anlage fertig ist. Übrigens die neuen Pumpen, die es demnächst bei einem Verkauf gibt, die sind sensationell. Wir betreiben die gerade mit 70% und es ist immer noch zu viel. Wir werden wahrscheinlich auf 50% reduzieren müssen, aber wenigstens, wenn wir die Filter am spülen sind, dann haben wir genügend Leistung. Ja, heute Morgen war es noch schön. Sie sagen gerade, übermorgen wird es wieder schön sein. Ich habe das jetzt mal aufgenommen. Also in diesem Sinne, morgen spätestens übermorgen dann die finale Anlage.